jo leute willkommen zu einer neuen folge von dem video game let's play was wochen nicht mehr kam i know deswegen gibt es heute eine neue folge ich habe auszusehen schon gestartet so jetzt müssen wir eben so eine scheiße machen brauchen wir so ein paar bunt zusammen oder geht das nur mit schiffen kann man kann man ein u-word entern ja ja haben wir doch alle schon die schale sind und ich wollte schon sagen dass wir uns jetzt nur das bisschen geld bringt ja und man denkt alles kaputt die losten das ist richtig coole legosteiner ja ja alles schwarz fast das war zu erwarten wieso brauchen wir begehbare schränke ich glaube nicht dass wir da drunter durchpassen ja sag ich doch ja jetzt go up mal oben oder wie ja jetzt go up mal oben oder wie ach komm ooon die schon mal die gibt es bitte vorsicht ein kastschiff keine sorge ich hab's ja 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 Äh, bin ich halt lost. Hier ist noch nichts. Ich muss save noch da oben. Ich hab's übersehen was. Das sollte man auch immer so unnötig lernen. Oh, und Lego-Spiele sind so auf 6 und sind immer so übel zu hoh genau wo sie jetzt sind. Oh. Gehen wir jetzt runter? So. Okay. Ich muss schon sagen, irgendwie läuft das hier noch grün. Ich hab grad, ich glaub mal so, hey, ich bin so King von Meisterbau oder Meisterbau-Kern. Ich weiß nicht. Um mein Teil zu bauen, muss ich oben auf das U-Boot. Kein Problem. So. Ja. Alles gut. Das kann er üben. Ladezeit. Wien geht ja, die Ladezeit. Ja. Und äh, jetzt wollen wir dann dieses komischestige Ding da und nicht treffen. Haha. Boah. Uff. Das Ding ist ja gut. Mega-witz. Ach so. Okay. Okay. Hey hey. Pass auf was du da mit diesen Tentakel machst. Danke. So. Wir klauen einfach die Teile von dem Brutto. Äh. Ja. Wie sieht das aus? Ich meine es ernst. Ich bin noch blind. Äh. Es ist schön. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre grün und braun. Nicht befürchtet. Äh. Oh no. Es wird bunt. Ja. Weg mit euch. Hi. Ja. Ja. Jooo. Vierfach Kill. Ich warte, jetzt müssen wir irgendwo hier hinten sitzen. Ja, ja. 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 Wir springen vom Ringbögen. Was ist das jetzt? Eine Schnecke. Wo man sich dann festhalten kann. Mit den Dings. Wenn man Verdanklichkeiten hat. Wartet ihr, ich bin da im Weg für euch rüber. Ich kann das nicht so schieben. Das kann man. Das kann man kaputt machen. Dann kann ich das bauen. So ein Hightech. Kram. Aber wenn du das dann umschmeißt. Ach so. So. Und die Attacke waren. Das tut alles. Yo. Da geht's wieder los. 16 davon gibt's noch. Oh Gott. Wir müssen ja ein bisschen fighten. Weil man sieht ja einfach nur. Ich hab mich nervt sogar. Das man die Kamera auch fast die Kilo halten kann. Und warum kommt die immer nur zu viel aus. So ein riesen Schiff. Schiff. Wo locker mehr rein. Wo locker acht einpassen. Die sind auch. Die haben zu viele Fahrzeuge. Wie gesagt so. Deswegen mussten die Fahrzeuge unterbesetzen. Ja die letzten endlich. Oh das waren doch. Drei von der Kill. Stirb. Stirb. Brutale Art und Weise. Wie speziell? String ihn dazu. Dass er auf diese Silberblöcke schießt. Was meinst du die? Die Nüten Steinen können wir einen Computer bauen. Mit dem ich den Roboter ecken kann. Man könnte alternativ auch einfach drauf schießen. Aber das wäre ja zu offensichtlich. Weil der Typ läuft nur mit der Pistole rum. Oder so. Was ist das? Ohhhh. Der hat nicht den alten Space Blaster. Der hat den neuen. Mach ich dann dieses uralte. Lego Staus. Die blasse Junge vor. Lego Staus. Das wäre geil gewesen. Ja doch. Die hatten doch die ersten 90 Spots. Die sind auch schon uralt. Was willst du gegen das tun? Festiges Teil. Was willst du gegen das tun? Festiges Teil. Das ist ein Regenbogen. Das ist ein Regenbogen. Noch mehr Regenbogensteine. Verheil dich einmal unter dem. Der ins Schmetterling. Ein Schmetterling. Das war mir zerlegt man vor. Um ein Schmetterling herauszubauen. Ein Schmetterling kann auch fliegen. Waffen hier bleiben kein Schunk wie mich muss Das sind so keine spezielle Sachen hier Ich weiß nicht, aber die bunten Steindinger Genau diese bunten Steindinger hinten wahrscheinlich Wollensteine oder was, das sehe ich, dass man auf den Rollen kriegt Nein, ich muss da hin Ja, super Sie ist ja so clever gehalten, ne? Jetzt stirbst du ein bisschen später, das hat sie gebracht Let me go Ich bin fertig Nice, endlich Na ja, wir haben von und in den Bären geboten und dann mit dem Unterbund Und da ist ne halbe Wüste Ja Leute, wir sind fertig Ah, Emmett, Chirog haben wir freigeschaltet Da gab's die Trophäe Emmett als Ex Ach so Grüner Ninja Oh shit Aha Ah ja Oder noch Der Höhlenmensch Das ist ja der Dego Minifigoon Serie, ey Naja, ein bisschen Geld, aber das ist nicht so viel, Leute Aber ich bin bald schon Millionen mehr, du Oğlum Safe sowas wie was, A-S80% Äh 73 Stempel, ich stand fast das gleiche 1 Gold eine Anleitung, ne schade eigentlich, ne Hey, ein Goldstein für Level abgeschlossen Kann ich sein, dass ich ab dem Level gemacht habe Sein 700 Gold einen Stern habt, wie auch immer Leute Das war's dann auf jeden Fall mit der Folge, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann seh ich, wenn ihr genug Daumen nach oben da lasst, dass ich das aktiver wieder weitermachen sollte, dann sag ich mal, falls ihr nicht abonniert seid, könnt ihr auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr für weiter abonnierten Videos benachrichtigt und dann sag ich, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.